Hallo, herzlich willkommen zu meinem neuen Anleitungsvideo. Heute möchte ich mit euch diese schöne Verpackung basteln. Das ist keine Schultüte, wie man erst meinen könnte, sondern sie ist auf der Rückseite flach, also quasi eine halbe Spitztüte und die kann man in vielen verschiedenen Größen arbeiten. Es kommt nur darauf an, welche Größe man im Papier, im Ausgangspapier verwendet. Es muss immer ein Quadrat sein und das ist es auch schon, was man beachten muss. Man kann diese Form auf zwei Arten ausführen. Ich mag es besonders gerne, wenn man diese runde Form hat. Man kann das Ganze aber auch eckig gestalten. Ist sogar ein bisschen einfacher zum zusammenkleben, aber ich finde ein bisschen mehr Mühe und dann hat man diese schöne runde Form. Das lohnt sich schon. Man kann die Vorderseite dieser Spitztüte ganz unterschiedlich gestalten. Hier ist überhaupt kein Überschlag. Man sieht also nichts von dem Papier, was hier drin ist oder irgendwas anderes. Das heißt, das habe ich da nach innen geschlagen und hier habe ich das innere Papier nach außen geschlagen und das dann auch abgerundet und mit so einem kleinen Muster versehen. Das werden wir gleich auch so machen. Man kann aber auch eine Bordürenstanze nehmen und das dann so gestalten oder einfach nur überschlagen, gar nichts weiter damit machen oder einfach nur abrunden. Da gibt es natürlich unendlich viele Möglichkeiten. Ich würde sagen, wir legen einfach mal los oder ich lege mal los und dann komme ich glaube ich auch noch zu den verschiedenen Dingen, die man beachten muss und was ich so gemacht habe. Das zeige ich euch dann einfach. So, diese Größe und diese Form möchte ich heute mit euch nachbasteln. Das ist also eine etwas größere Tüte. Ausgangspapier ist hier Designerpapier in der Größe 20 x 20 cm und ich habe hier den Überschlag nach außen gemacht und hier unten das abgerundet und auch noch mal ein bisschen dekoriert. Ja, und dann würde ich sagen, wir legen los. So, also wie gesagt, 20 x 20 cm, das ist das Papier aus dem Set Landhausspitze und ich möchte, dass das hier dieses Papier außen ist und Überschlag und Innen soll dann die Rückseite sein. Das heißt, ich lege es mir jetzt hier so hin, dass mich also das Innenleben quasi anguckt. Nehme jetzt ein Lineal und lege das genau hier von Ecke zu Ecke und markiere mir hier im rechten Bereich einen Strich, also quasi die Mitte, habe ich mir jetzt hier angezeichnet und ich mache mal eben die Jalousie runter, sonst stört uns die Sonne etwas. So, das ist glaube ich ein bisschen, naja, ein bisschen besser. Das muss nicht durchgezogen werden, das reicht also hier unten. Das sind jetzt ungefähr hier etwa 14 cm, die ich markiert habe. Und jetzt müssen wir das zu so einer Art Drachen falten, das heißt, wir müssen diese Seite hier an diesen Strich bringen. Und dabei müssen wir vor allen Dingen beachten, dass es hier unten eine schöne Ecke gibt. Deshalb fange ich auch eigentlich hier unten an, konzentriere mich da ein bisschen drauf, dass ich das hier unten schön hinbringe. Ja, und dann den Rest der Seite des Papiers gerade an diesen Strich lege. Der Rest ergibt sich ja dann von selber. Drücke das jetzt hier fest und gehe mit dem Falzbein auch nochmal hier lang. Dann drehe ich das Ganze um und die zweite Seite ist einfacher. Jetzt brauche ich nämlich nur dagegen zu falten. Achte aber wieder darauf, dass ich hier unten eine sehr schöne Spitze habe. Also fange ich direkt hier unten an, konzentriere mich da erstmal besonders drauf, richte dann das Papier hier an dem anderen und der Mitte aus, drücke das fest und gehe mit dem Falzbein nochmal hier drüber. So, jetzt habe ich quasi meinen Drachen. Dann nehme ich mir nochmal das Lineal und ich möchte also dieses Dreieck hinterher sichtbar haben und nach außen knicken. Das heißt, ich lasse es so liegen, nehme mir jetzt dieses Multifunktionswerkzeug mit der kleinen Kugel und gehe jetzt an diesem Lineal über das Papier. Und man sollte schon darauf achten, dass man oberhalb des blauen Papiers ist, minimal. Also das soll nicht in Mitleidenschaft gezogen werden, wenn ich jetzt diese Falzlinie da ziehe. Dann drehe ich mir das Ganze um und knicke einfach diesen Knick, den ich ja vorgefalzt habe, nach. So, und so sähe dann hinterher unsere Tüte aus. Das heißt, ich habe hier diese dunkle Spitze und dann kommt dieses, ja auch irgendwie so ein bisschen gekrepptes, ja auf jeden Fall helles darüber. Das heißt, das gibt einen schönen Kontrast. Und jetzt kann ich halt überlegen, was möchte ich denn gerne machen. Hier bei diesem habe ich das abgerundet. Hier habe ich es einfach so gelassen, wie es ist. Hier habe ich es abgerundet und nochmal dieses kleine Muster da reingestanzt. Das ist eine Stanze, die nennt sich dekorative Details, ist nicht mehr im Angebot, ist also was Altes. Und was noch auffälliger ist, hier habe ich eine Stanze genommen, die Ränder stanzt. Da habe ich einfach dieses Dreieck in die Stanz- und Prägemaschine gelegt, habe hier die Stanze hingelegt und habe es einmal durch die Maschine durch. Genauso hier, das ist eine Eckenstanze, da habe ich dann diese Blätter ausgestanzt. Also da gibt es ganz verschiedene Möglichkeiten. Und wenn ihr sagt, das gefällt mir aber gar nicht, der Kontrast ist mir zu groß, das Papier hier innen gefällt mir überhaupt nicht, dann besteht natürlich auch immer die Möglichkeit, es einfach auf die andere Seite zu falten. Und dann haben wir hier überhaupt nichts. Dann sieht man also nur das Papier, was wir als ursprüngliches Papier genommen haben und die Spitze ist nach innen gefaltet. Das geht natürlich auch. Also Möglichkeiten ohne Ende. Ihr macht bitte das, was euch am besten gefällt. Und ich werde jetzt hier diese Stanze nehmen, werde erstmal die Ecke abrunden. Und dann noch hier dieses Blümchenmuster ausstanzen. Ich finde, das passt sehr gut zu diesem Spitzenmuster. Ist ja mehr oder weniger gleich oder sehr ähnlich. So, und dann sieht das so aus. Die Stanze kann weg. Also das kommt nach außen. Und jetzt müssen wir diese beiden Teile übereinander bringen. Das ist so ein bisschen, weil das ja relativ fest ist, unser Designerpapier und stabil. Immer mit ein bisschen, ja, da muss man ein bisschen gucken. Aber das geht schon. Also das sind letztendlich unsere Klebeflächen, die übereinander gebracht werden und geklebt werden. Und das hier ist ja unsere Rundung. Deshalb gehe ich da jetzt mit den Händen mal so ein bisschen, bringe das so ein bisschen in runde Form, damit sich das gleich einfach ein bisschen besser legt. Hier habe ich, sieht man, noch ein bisschen vom Schneiden. Die Kante etwas hochgelegt. So. Also, ich nehme das auf diese Rückseite und bringe jetzt diese beiden Seiten erstmal übereinander, um zu gucken, möchte ich die Linke über die Rechte oder die Rechte über die Linke kleben. Da habe ich nämlich die Feststellung gemacht, manchmal klappt es einfach besser. Ihr seht, hier ist so eine kleine Delle. Dann kann es sein, dass die andere Richtung, also das über das andere zu bringen, einfach besser funktioniert. Scheint auch hier tatsächlich der Fall zu sein. So soll es dann aussehen. Das heißt, ich muss mir jetzt also Kleber schnappen. Einen sehr guten Kleber, der muss schon ein bisschen was aushalten, weil das zieht hier schon ganz schön auch wieder auseinander. Und aus den Verpackungen sollte man ja immer mit einem sehr guten Kleber kleben. Und dann werden diese Sachen einfach nur übereinander gebracht und geklebt. Was man beachten muss, hier oben ist eine kleine Ecke, die nicht von dem anderen überlappt wird. Ist innen auf der anderen Seite genauso. Das ist auch vollkommen richtig. Man muss da nur beachten, dass man dann hier oben keinen Kleber hinbringt. Ich halte mal meinen Daumen einfach dahin, dann weiß ich, hier oben darf kein Kleber hin. Ich nehme jetzt den von mir bevorzugten Kleber. Tombo Flüssigkleber. Weil der einfach bombig hält und man immer noch einen Augenblick Zeit hat, was zu verschieben. Und bringe jetzt hier bis hier unten den Kleber auf. So, und bringe jetzt wieder die beiden Teile übereinander. Und wie gesagt, mit dem Tombo Kleber kann ich ja immer noch ein bisschen schieben. Hab ein bisschen Zeit. Und kann mir das hier in die richtige Form schieben. Solltet ihr feststellen, dass es hier innen irgendwie ein bisschen hakt. Dann, das ist ja nicht lasergeschnitten, liegt das daran, dass das eine Teil ein ganz kleines bisschen größer ist als das andere Teil. Dann einfach ein Stückchen abschneiden. So. So ein bisschen drücken. Nicht zu viel drücken, weil je mehr wir drücken, desto spitzer wird es dann hier auf der Außenseite. Aber wie gesagt, insgesamt wende ich diese Form, wenn sie abgerundet ist, einfach ein bisschen gefälliger. Und dann können wir es uns mal auch flach hinlegen. Und mit dem Falzbein nochmal da reingehen. Bis in die Spitze. Wobei es nicht ganz bis in die Spitze geht. Weil die doch, natürlich, ihr seht es sehr sehr schmal ist, vielleicht dann nochmal mit einem Bleistift hinterher. Wenn ihr meint, wie gesagt, bis ganz nach unten kommt man nicht. Das ist einfach so. So. Vielleicht nicht sofort befüllen. Auch ein bisschen dem Tombow-Kleber die Gelegenheit geben, zu haften. So. Und dann haben wir jetzt also unsere Tüte mit Überschlag, der hier unten abgerundet und ein bisschen dekoriert ist. Und dann habe ich hier bei der Ausgangstüte einfach eine Schleife gebunden aus einem schönen Band. Da habe ich hier Geschenkband mit Glitter. Das ist in marineblau und gold. Da habe ich mir einfach ein bisschen vorgelegt, zwei Schlaufen gemacht, die umeinander gebunden und schon mal zur Schleife gebunden. Und jetzt muss ich mir das Ganze nur so ein bisschen hinzuppeln, dass es mir dann auch gefällt. Ich finde es immer wichtig, dass die Schleifen, Schlaufen nicht zu groß sind. Aber das ist ja Geschmackssache. Das macht jeder so, wie er möchte. So. Die gefällt mir schon ganz gut. Dann schneide ich hier schon mal ein Stück ab. Hinterkürzen kann man ja noch mehr. Und dann nehme ich mir hier ein Gluedot. Das heißt, ich mache mir das so auf. Hier ist der Gluedot. Ich nehme mir jetzt die Schleife und klebe die genau mit dem Knoten auf den Gluedot und heb das Ganze ab. Und habe das Gluedot jetzt auf der anderen Seite. Und jetzt überlege ich mir, wo soll das Ganze hin? In der Mitte fände ich es jetzt nicht so schön. Ich finde es schöner, wenn es ein bisschen versetzt ist. Ein bisschen weiter unten. Und dann kann ich jetzt hier die endgültige Trimmung der Bänder vornehmen. Ja. Und schon ist diese sehr schöne kleine Verpackung fertig. Und ja. Wie fülle ich das Ganze jetzt am sinnvollsten? Zeige ich euch auch gerne. Hier habe ich beispielsweise einfach eine Butterbrottüte reingetan. Und gewinne dadurch natürlich auch nochmal ein bisschen an Höhe. Und habe hier diese Schokoriegel dann gefüllt. Hier. Das habe ich übrigens aus dem Papier gemacht. Das 6 Inch. Also 15,2 x 15,2 cm groß ist. Ist also ein bisschen kleiner natürlich die Tüte. Da habe ich hier diese Papierfäden, die ich aus irgendeiner Verpackung noch habe. Immer aufbewahren sowas. Kann man also wirklich gut weiterverwenden. Habe dann diese Schokoriegel hier reingetan. Die sitzen dann auch ganz gut fest. Und dann habe ich aber auch noch hier eine kleine Plastiktüte reingetan. Das ist eine von den Tüten, in die ich normalerweise meine Karten stecke, wenn ich auf einen Markt gehe. Damit die, wenn jemand oder wenn die Leute, viele Leute die anfassen, die dann nicht so schnell hässlich werden. Und auch ein bisschen vor Feuchtigkeit geschützt sind. Und auch direkt mit dem Umschlag natürlich zusammen sind. Und dann habe ich hier oben ein goldenes Band dran getan. Und fertig ist die ganze Sache. Wie gesagt, sicherlich eine sehr schöne Verpackung. Und noch folgendes. Wir befinden uns ja jetzt Ende September. Und das heißt, wir müssen mal langsam drüber nachdenken. Was ist eigentlich mit Adventskalender? Und diese kleine Verpackung, ihr habt ja gesehen, das geht eigentlich relativ schnell. Die eignet sich auch ganz wunderbar als Adventskalender. Und zwar kann ich euch das hier zeigen. Hier habe ich auf der Rückseite nochmal ein Stück Designerpapier angebracht. Und zwar etwa 2 cm breit in dem Fall und etwa 5 cm lang. Und habe das nur oben und unten festgeklebt. Und kann jetzt natürlich beliebig irgendein Band nehmen. Und kann dieses Band hier durchführen. Und so kann ich natürlich jede Menge oder einige, viele, um genau zu sein, 24, von diesen kleinen Tüten aufhängen. Natürlich drehe ich sie dann um und versehe sie auch mit Zahlen und bestücke sie. Und kann sie dann an die Wand hängen, zum Beispiel. Ja, das geht also so und so hat man eine schöne versteckte Aufhängung und hat die alle dann in gleicher Höhe, wenn man es in gleicher Höhe anbringt, auch schön aufgehängt. Oder immer sechs zusammen und dann untereinander. Also da gibt es auch Möglichkeiten ohne Ende. Aber schön ist sicherlich auch 24 direkt nebeneinander. Das ist die andere Möglichkeit. Und Advent. Wir reden ja auch vielleicht langsam mal von Weihnachten. Ich mache ja ohnehin jeden Monat mindestens eine Weihnachtskarte. Und zwar habe ich hier zwei von den Spitztüten genommen und habe die aneinander geklebt. Guck, kann man das so zeigen? Ja. Habe die aneinander geklebt. Dazwischen habe ich ein Band angebracht. Unten eine Kugel und eine Schleife. Und das ist natürlich auch eine schöne Dekoration, zum Beispiel für eine Türklinke. Schöne weihnachtliche Dekoration. Ist ja schon so leicht weihnachtliches Papier. Oder aber auch für Nikolaus. Da passt dann schon wieder ein bisschen mehr rein, weil wir haben ja hier zwei Tüten. Und wie gesagt, da unten baumelt dann auch noch die kleine, oder in dem Fall ist es sogar eine sehr große Kugel. Aber die macht ein schönes Geräusch. Ja, was ich euch aber auch noch zeigen möchte, das hatte ich ja eben angesprochen. Diese Variante gibt es natürlich auch in dreieckig. Also wie gesagt, mir gefällt es schöner, wenn das so abgerundet ist. Da muss man ein bisschen vorsichtig sein. Und hier unten kann es immer passieren, dass einfach beim Zusammenkleben trotzdem ein leichter Knick entsteht. Aber man kann das Ganze natürlich auch gewollt machen. Das heißt, das ist dann eine dreieckige Verpackung. Die zeige ich euch ganz kurz. Das ist gar kein Hexensack. Vor allem, wo wir jetzt die andere ja gemacht haben, dann wisst ihr wahrscheinlich sowieso schon, wie das Ganze funktioniert. Ich habe mir hier was Kleines nur vorbereitet. Das ist 10 x 10 cm. Ich möchte wieder das Innen haben, also muss mich das angucken nach oben. Und knicke das jetzt Ecke auf Ecke. Damit bilde ich hier die, was ich sonst mit dem Bleistift angedeutet habe. Ich habe jetzt hier einen kompletten Knick. Und an diesen Knick bringe ich jetzt, wie eben genau das Gleiche, die Seiten. Und auf der anderen Seite auch. Auch hier drauf achten, dass wir unten einen schönen Knick haben. Ein bisschen Goldflitter. So, und jetzt sage ich, ich möchte das überhaupt nicht sehen. Das ist sowieso so eine kleine Verpackung. Das möchte ich nach innen haben. Dann kann ich das Ganze nehmen. Entweder direkt nach innen knicken oder aber ich falze es hier auch vor. Das heißt, ich mache es lieber so rum. Ich nehme das Lineal, lege mir das hier an. Gerade über die Außenseite ziehe hier einmal lang. Und knicke dann jetzt das Ganze nach innen. Eigentlich hätte ich von der anderen Seite. Ihr wisst schon. Richtig falzen und knicken. Und bringe das dann nach innen. Und habe hier dann aber auch eine... Man könnte es auch abschneiden, dieses Dreieck. Aber hier habe ich dann einen schönen Rand. Das sieht einfach schöner aus. Und bringe jetzt genauso wie eben auch die beiden Seiten übereinander. Und wenn wir hier diese Dreieckige, also die mit der Falzung in der Mitte haben, ist das einfacher. Das Papier zieht nicht wieder so nach außen. So wie ich eben gesagt habe, dass ich mit den Händen mal so ein bisschen nachgeformt habe. Das ist hier gar nicht nötig. Dadurch, dass wir hier den Knick haben, kann man das ganz leicht übereinander bringen. Und genau wie eben auch beachten, dass wir hier die eine Ecke nicht mit Kleber benetzen. Und den Rest streichen wir ein. Und bringen jetzt einfach die beiden Seiten übereinander. Wie gesagt, das ist einfacher zum Kleben. Gefällt mir rein optisch nicht ganz so gut. Und natürlich wieder etwas Tombow-Kleber. Ja, und das ist eine ganz kleine Verpackung. Und die ist, wie gesagt, dreieckig. Und hat hier jetzt keinen Überschlag, sondern man sieht nur die Vorderseite des Designpapiers. Ja, das war es eigentlich schon. Die haben wir eben zusammen gebastelt. Das war der Prototyp. Die kleine habe ich euch auch gezeigt. Vielleicht nochmal die Variante zwei Tüten aneinander kleben und mit einem Band. Ach so, doch, ich wollte euch noch was zeigen. Man kann sie natürlich auch so aufhängen. Da habe ich einfach hier hinten zwei Löcher gemacht. Band durchgezogen. An der einen Seite eine Schleife gemacht. Und schon kann man die aufhängen. Die Tüte, das Band so lang, wie man möchte. Entsprechend einfach länger lassen. Das geht natürlich auch noch. Ja, ohne Aufhängung geht es. Und eine Variante eventuell als Adventskalender. Das habe ich euch auch gezeigt. Das war eben diese Variante, die hinten nochmal so einen Riegel hat. Und dann kann man ganz viele nebeneinander aufhängen. Hier noch hier oben. Das sind schon so viele. Ja, mit Überschlag, ohne Überschlag. Mit Randstanze oder Seitenstanze. Oder einfach nur abgerundet oder gar nicht weiter dekoriert. Und das Ganze auch in dreieckig. Also mit Knick. Ja, ihr seht schon, ich kriege es schon gar nicht hier so richtig unter. Zum Schlussbild. Ich hoffe, dass ich euch was Schönes zeigen konnte. Vielleicht etwas, was ihr kanntet. Aber mit den Varianten der Überschläge vielleicht was Neues. Und vielleicht habt ihr Lust, das ja mal nachzumachen. Die etwas einfachere Variante mit Knick. Oder die etwas optisch gefälligere Variante ohne Knick. Beides ist aber sehr, sehr schön, finde ich. Und eignet sich als Geschenkverpackung sehr gut. Und ist auch schnell gemacht. Ich wünsche euch alles gut. Bleibt gesund. Und wir sehen uns dann im nächsten Anleitungsvideo. Bis dahin. Tschüss.